Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch diesmal, wo ihr am einfachsten Togedemaru fangen könnt. Und zwar bin ich hier beim Wutanfallsee und wir haben Schneesturm. Ganz wichtig, nicht normales Schneewetter, sondern Schneesturm. Und hier kann der Togedemaru jetzt auftauchen, als Ausrufezeichenbegegnung kommt er. Und hat eine recht hohe Chance, ich glaube ungefähr 13% sind das. Ah, hier ist schon einer, easy, dann muss ich ja gar nichts schneiden bei dem Video. Zack, zack, perfekt. Ja eben, um die 13% hat der hier Chance zu spawnen, also lange sucht man nicht. Wie ihr seht, ich habe ihn jetzt beim ersten Mal encountert. Das kann natürlich bei euch ein bisschen länger gehen, kann ein bisschen schneller gehen. Ja okay, schneller wie einmal, wie beim ersten Mal geht nicht. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ist halt Glückssache, aber die Chance, dass man ihn hier bekommt, ist sehr, sehr hoch. Und ich schätze, länger wie 10 Minuten muss da sicher keiner suchen. Außer es kommen die ganze Zeit so liebe Cezurios, die in einen reinrennen. Ja, ich denke, das war's schon wieder mit dem Video. Einfach kurz und knapp. Und hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.